Untertitelung des ZDF, 2020 Gemeindepräsidenten, alle auch Partnerinnen von Tourismusorganisationen oder auch vom Bus & Service in Chur, wir haben verschiedenste touristische Partner hier auch bei uns und ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen, aber vor allem auch mit den Bahnfans aus der ganzen Welt, welche hier versammelt sind, für dieses Bahnfestival durchführen dürfen. Deshalb spreche ich auch auf Hochdeutsch. Wir haben nämlich auch Gäste aus Tschechien hier bei uns. Ganz stolz hat mir ein Vertreter gezeigt, dass er auf x Quadratmeter die Albula-Bahn nachgebaut hat. Wir haben Fans auf der ganzen Welt. Ich darf morgen mit einer Delegation nach Japan reisen, wo auch ganz grosse Fans der ethischen Bahn sind und das macht es eben aus, dass wir hier sehr viele Fans haben dürfen, welche sich erfreuen lassen. Bis zum nächsten Mal.